wir weitermachen der trick hierbei ist alles bricht zusammen ich kriege irgendwie den boost nicht das habe ich gerade so hinbekommen so wie geht das mit der schnellen rolle so geht das mit der schnellen rolle nein mir geht das wirklich wenn man wenn man was genau dann muss man noch mal drücken 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 ah fuck ich kann mich nicht aufs rollen und auf andere sachen konzentrieren aber im rhythmus 1 2 3 4 ah fuck das hat mich so wertvoll und kann man mit der rolle auch hier hoch oder also kann man in der rolle springen weil das was ich gerade gemacht habe war das kann da kommt man auch nur da raus und wie springe ich dann da schnell hoch und ohne meine mütze den hier muss ich stehen machen vielleicht mal sehen ich bin über den knopf gerollt also ich bin vor vor und hinter dem knopf aufgekommen sehr nice bei mir kriege ich nur jedes zweite mal die schnelle rolle hin ah falsch so wollte ich nein nein du arschrolle nein oh gott ey ich glaube das hier ist einer wo wir wirklich ein bisschen länger bleiben werden das ist so dumm das auch ich mache es zweimal hintereinander ach du es geht eigentlich mit dem spaß die sache ist halt diese rolle also die habe ich in meinem ich habe ich halt in meinem normalen place so gut wie gar nicht benutzt und dementsprechend ist das hier alles sehr merkwürdig bei mir krieg ich nur jedes zweite mal ein boost oh falschrum ah kann ich schon wieder lassen okay wie bin ich von der rolle in in den normalen sprung bekommen ja das mit dem riesen bomben will die habe ich schon ja das ist äh heißt heißt der bomben will die irgendwie klingt das gerade falsch der war easy also was heißt easy aber denkt dick also erstmal dahin kommen war kein problem long jumps das weißt du long jumps ist ja was das benutzt man im normalen spiel ja sehr oft ich zumindest und von daher kennt man da das timing wann man den nächsten setzen muss wie lange die gehen aber das hier aber das hier oh ich habe den falschen knopf zuerst los gelassen das hier alles auch so hä hä welchen knopf muss ich loslassen kugel will die her eh Picio Well On Und zum Ja Was for hier Ich möchte von der Rolle in einen normalen Sprung, das hatte ich doch zwischendurch mal. Nein, ah, da hat er es nicht mehr. Das Schlimme ist halt, dass das noch nicht meine letzte Part ist, danach kommt einfach noch was. Ja, beim dritten vom Dreifachsprung wollte der nicht. Ich weiß auch nicht, ob das hier wirklich der schnellste Weg ist. Oh, okay, 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 und jetzt? Ich bin gespannt, was kommt. Ah. Es sieht nicht aus, als ob mir die Rolle da viel hilft, bei dem was kommt. Da geht es eine Menge bergauf. Das ist doch schon wieder Kacke. Ja, ja, genau so rum wollte ich das. Alles komplett falsch. Oh, oh shit, ich habe vergessen, ja. Dass da die Wand zu schnell kommt. Ja, ja, da darf ich auch nur eine Rolle machen, weil bei der zweiten kriege ich den Sprung dann nicht mehr. Puh. Wenn ich mir die Sachen, die ich feststelle, jetzt alle auch noch merke. so. So. so viel Momentum. So viel Momentum. So, hier wieder nur eine Rolle. auch nur einer. Oh, da habe ich am Momentum verloren, weil ich mich verdrückt habe. Okay. Okay, also hier muss ich irgendwie rechts um die Ecke was, ne? Ja, sichi. Was? Ah, noch nicht mal hier irgendwie den easy way out ist mir vergönnt. Also, ich glaube, den letzten Part kann man ganz gut laufen, wenn man sich nicht von einer Kanone treffen lässt. Das heißt, das Schwere ist wirklich nur dieser Mittelteil und den habe ich jetzt eigentlich auch. Na, ich möchte es nicht beschreien, aber sehr gut drauf. Eins, zwei, drei und das und das und das und noch einmal und eine Rolle und auslaufen lassen und eine Rolle und auslaufen lassen und easy. Hier muss ich aufpassen, dass er mich nicht umbringt. Dann mache ich mal nur Longjumps. Die kann man besser... Ich. Ah, einfach nur nicht treffen lassen. Warum ist das denn so schwer? Warum bin ich dann genau in die Kugel reingelongert? Also, das müsste jetzt der Try sein, wenn ich keine dummen Fehler mache. So, hier wieder nur eine Rolle. Auslaufen lassen. Triple Jump. Hechtsprünge. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Es ist... Es ist so dumm. Pass auf. Hier ist der Deal. Ähm, man kann sich die Moves ja irgendwo ansehen. Warte, wo war das? Ähm, Anleitung. So. Ähm, Basisaktion. Hier, du hast, ähm... In the fucking air. Ich glaube, das hier ist nicht. Doch, genau. ZL, während du in der Luft bist. Ground Pound. Okay? Und dann... Dieser Hechtsprung ZL plus Y. Der Ding ist nur, wenn du eine Millisekunde zu spät Y drückst, dann ähm, macht er den Ground Pound. Und wenn du eine Millisekunde zu früh Y drückst, dann schmeißt er die Mütze. Aber, ähm, also wenn du nicht ZL Y drückst, sondern nur Y. Wobei wir die Mütze hier ja nicht haben. Was passiert eigentlich dann? Gar nix. Aber ich kann ja... Ja, ja, Ground Pound und dann. Okay. Den 2D-Mode im Pilzkönigreich habe ich auch, ja. Ich, äh, arbeite die IGN-List ab. Ich kann sie grad nicht im Chat posten, weil ich hier beschäftigt bin. Aber... Eins, zwei, drei. Und schon wieder Kack gebaut. Ich wollte grad sagen... Das gibt's nicht. Das gibt's fucking nicht. Warum denn? Okay, jetzt mit Konstellation. Ich weiß auch, woran es liegt. Die Musik ist viel zu freundlich. Wo sind wir denn? Wo haben wir denn? Das hier ist gut. Nee, das kacke. Warte. Ich wollte hier irgend so... Genau. Gute Boser Kampf. So, dann den Knopf loslassen. Der Triple Jump. Und diesmal nicht verkarten. Wie war das mit dem Part, wo man nicht verkarten soll? Uh, uuuhhh. Da erinnert sich die Musik. Die erinnert sich jetzt nicht jedes Mal, das dauert zu lang. Erinnert ihr euch, als ich kurz davor war, das Level einfach abzuschließen und dann hab ich verlernt, wie man Hechtsprünge macht? Oder den Sprung? Das war einer zu viel. Ich wollte das, ich weiß es, ich hätte es eh nicht mehr geschafft, aber ich wollte das jetzt als Practice für Hechtsprünge nehmen. Oh, das ist komisch, wie ich ihn schießt, weil Sau keine Sau. Ups. Okay, okay, wenn jetzt Hechtsprünge... Oh, zu kurz, what the fuck, was hab ich mir dabei gedacht? Viel zu kurz. Tch. 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 Oh, das war fast der falsche Move, was heißt fast? Was? Die Kugel war doch noch nie da. Ich hätte das sonst noch woanders hingeschossen. Oh, ich kann den Run noch retten. Das sieht gut aus, gerettet. Okay, Pause, Pause, Pause. Konzentrieren, konzentrieren. Wir wollen erst einen Long Jump, dann einen Triple Jump. Dann einen Long Jump. Das war gut, das war gut. We did it, red it. Ja, gut. Äh, first try, baby. So, was haben wir noch zu bieten? Ähm... Ich glaub... Ich post mal kurz. Das ist die Liste. Não, nicht wie respiratory brushing werde. 100 Jahre. Bis zum nächsten Mal. Versteck hat sich. Er mést du aufarakat Vorratzen. Ja, wie viele Leute? Diexic. Sie sind emp governor jetzt zuável. Da benefits und in die комуomes ganz beg Discover.